Midway und Cerberus befinden sich jetzt in Position, um den außerirdischen Träger im Zentrum von Sirius anzugreifen. Zerstören Sie diesen Träger und alle zugehörigen Schiffe zusammen mit den Streitkräften der Midway. Halte doch den Rücken frei! Wir machen den Rest! Wir erwarten von euch Deckung! Schön, Sie zu sehen! Los geht's! Guten Morgen, Sir! Neutralisiert das Großkampfschiff! Erledigt die Geschütze! Greif diese Geschütze an! Mein Vögel! Lösen und angreifen! Allemann los! Lass die Fetzen fliegen! Feuer frei für alle! Wenn Sie es sagen... Jawohl! Geht klar! Bestätige! Gut! Jawohl! Wie viel Befehle! Wann kann direkt Mitleid kriegen? Du musst ein Spielzeichen, Mensch! Jawohl! Jawohl, Sir! Ja, Meister! Treffer! Verstanden? Ich rette, du stirbst vor mir! Bleib stark, du Lassi! Das ergeben, es ist gleich! Und ich darf Ihnen vor Sie im Weg! Fahren meine Piloten! Statt muss berichten! Ich könnte doch nur besieger sein! Ich kann doch mithalten! Du musst mir lassen! Und wir brauchen Sie nur noch! Einer weniger! Einer weniger! Eingesichtet! Passt gut auf! Ich bringe mir direkt vor's Geschütz, Kakerlake! Das ist meiner! Das ist meiner! Das ist ein wenig! Einer weniger! Du bist nicht verschiebt! Ein weniger! Meine Zerstörung! Wir haben die Schiffsbrücke zerstört! Warte nur, was ich mit dir mache! Man kann direkt Mitleid kriegen! Torpedo los! Fahren meine Piloten! Statusbericht! Ich könnte doch unbesiehbar sein! Ich kann doch mithalten! Du wirst sein! Ziel aufschlossen! Dafür können die mir nicht genug bezahlen! Das hast du gut gemacht! Meine Brüder werden dich vernichten! Die Loppen! Feind im Anflug! Jedenfalls haben wir einige feindliche Schiffe hier! Komm schon, Kakerlake! Danke! Vielen Dank! Du bist keine Herausforderung für mich, Kakerlake! Sieht aus, als ob ihr Antrieb beschädigt ist! Genau in den Auspuff! Sieht aus, als ob ich mit dir mache! Ich muss aussteigen! Fuhre den Besuchdienst an! Verdammt! Steig! Gute Arbeit, Piloten! Einsatz abgeschlossen! Ich wette, du stirbst vor mir! Fang an! Direkt Mitleid kriegen! Wir suchen nach Jägern, aber ihr könnt auch dicke Platte angreifen! Sehr schön! Wir sind auf unseren Teil vorbereitet! Das sieht gut aus! Wir machen von hier aus weiter! We have to! Alpha 1, benötige Landeerlaubnis. Die wissenschaftliche Abteilung auf der Midway glaubt eine Antwort darauf zu haben, warum sich die Außerirdischen im Proxima sammeln. Landen Sie und holen Sie sich neue Einsatzdaten. Sie stehen vor dem größten Kampf in Ihrer Karriere. Brauche Unterstützung. Ich gehe rein. Jawohl, Sir. Untertitelung des ZDF für funk, 2017